Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Live-Stream. Quatsch, Live-Stream. Zu einem neuen Angezockt. Ah, ich muss gerade meine Kamera noch ein bisschen justieren. So, sieht es ein bisschen besser aus. So, ich bin mal gespannt. Also die ersten Bilder vor dem Spiel sahen im Vorfeld recht interessant aus. Ich habe auch noch keinen Slot, seht ihr ja, ich habe es noch nicht gespielt. Ich jetzt mit euch zum ersten Mal. Ich habe ja eine Woche flach geliehen. Oh, ja, 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 ja. Ein bisschen besser hinsetzen hier. Ich muss meinen Bildschirm hier noch umsetzen. Damit ich das hier noch ein Gros für ihr habe. Habe ich irgendwie HDR? Also hat nur normal 4K auf der PS4 Pro. Ohne HDR. So. Hallo. Hi. Mein Name ist Martin Tweed, Präsident und CEO von Kindred Aerospace. Dankeschön für den Pionier-Programm. Seit fast 30 Jahren, Kindred hat sich in der Hand zu helfen. Ohne, ich bin so. Ich habe nichts in der Welt. Ich würde mehr als das Lange das Kreuz zurückkehren, damit du deinen Lieben möchtest kannst, wenn du einen haben. Das bleibt unmöglich. Bis du findest eine Sprecher der Güter auf dem Planeten finden. und die Batterien und die Solare für die Verwendung in den Klimaschleven. Zu unserer Liste von Atletik und Schick-Survival-Aperil. Wir haben weiterhin versucht, um die Menschheit weiter zu bringen. Von den Bordern des Oceans, und jetzt, zu den Stars! Unsere nächste Schritt ist, um zu über die pure Exploration und ... Willkommen! Mein Name ist Echo und ich bin hier, um dich zu helfen, auf deine Mission zu helfen. Aber das ist erstens, bitte log in auf den Computer und filmen eine kleine Wehnein-Questionnaire, wenn Sie nicht mindst, damit wir sicher nicht verrückt sind. Für fast 30 Jahre, Kindred hat sich gestorben, um die Humanität zu verbessern. Wrong! Der einzige Sohn in dieser Universität ist genau wie es so ist. Wir können uns die 4. Best Interstellar-Exploration-Company anschauen. Bitte take die Questionnaire auf den Computer. Otherwise, I can't open the door, or turn on the lights, or feed you. Okay, wir haben Skill-Bauen für Waffen. Okay, das sieht ja nicht mal so schlecht aus. Okay, you do know what a computer looks like, right? It's new, old stock, but look for the screen with the envelope icon on it. And log in so I can open the door. It'll be quick, I swear! Oh, I just realized you may also not know what an envelope looks like. It's an old, old tech. It was like a piece of paper that you could put other pieces of paper inside. It's hard to describe. Like a square with a hole. Ugh, I'm not doing this right. Just find the computer. One of my jobs is to continually assess your mental state, and a space sickness has been an issue for some other recent explorers. Could you please identify yourself from this gallery of faces? One of the pictures is a photo of me. Welch is it? Focuila! Yeah, Focuila, right? Although that's also cool. I'll take that. Thank you. I'm super glad you're not crazy. I'm super glad you're not crazy. Hi! Come on. Oh, I can see it somewhere. I can see it somewhere. I can see it somewhere. And now you're ready to explore. Please walk downstairs and step into the teleporter. Well, I will discombobulate you and then recombine you outside on this glorious new planet. Here it's still down. Oh, that's right. That's right. That's right. I'm just reading. I can see it very well. Oh, that's right. I can see it on the surface. I can see it. Oh! Out of the surface. Oh, look. Oh, look. I have a lot of people. I'm just reading it. So, uh, welcome to ARY-26. It doesn't seem to be, well, a planet at all, really. More detonation of rocks. This mission just got 100% more interesting and about 50% more lethal. To aid in your exploration, the javelins are lit with several small, robotic drones that can perform basic scans of the world around you. Please launch them by opening the exterior hatch. I won't lie. I feel kind of bad. They're so cute and so full of juice. Hey, look at that. You picked up some carbon. Good for you. Good for you. Oh, da noch. Oh, der ist nichts. Ah yes, you've discovered Grob's hidden anti-nutritional value. I'm going to go to the top of the top of the top of the top. Oh, das ist gut. Oh. Great. Now they'll provide you with approximate locations of resources and important info. The javelin ist pretty banged up. But you'll need to scan the exterior to confirm the level of bang-uppiness. Do that now. Javelin Ich kann noch keine Waffe herstellen. Ich muss die Ökosysteme weiter dokumentieren und suche nach einer Kraftstoffquelle. Okay, also ich soll sie auf Beschädigungen. Wir sind wieder raus. Der hat doch angezeigt, dass wir... Der hat doch angezeigt, dass wir... Amgen, Temperature 81, Biocides nominal. Wir sind wieder. Das war's. Das war's. Okay. Scannen. Umschalten. Achso, nach oben drücken. Okay. 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 Das muss nicht so sein sein. Diese Maschine wird dich in die Erinnerung. Verlöte dein Körper, und dann veröffentliche es fünf Meter entfernt. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, the cartographers found an alien alloy we could maybe use to repair the ship. Let me mark him. Wow, that one was juicy. Oh, all that juice in a little. Nice shot. Oh, shit. Oh. Oh. Das war's für heute. 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 I would like more than to launch this craft back to Earth so you could rejoin your loved ones, should you have any. This remains impossible. Das war's für heute. 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 Geh! Es sieht aus, dass es sich in die Umgebung ist. Wenn du ein Grappel hast, ist es dort, dass du es. Ich arbeite auf eine Blueprint für dich jetzt. Aber wie kommen wir jetzt irgendwo? Es ist hier. Was? Sie kommen hier definitiv nicht weiter, ich wollte aber schon in diesem Schöpfer. Okay. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Gut, dass der Müll überm Weg gelogen ist. Ich werde mal ausraten, dass er schon was kann denn. Oh, oh. 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 Oh. Oh, oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. In der Prophet복 2. Wenn du willst. So, dann können wir uns hier erstellen. Oh! Zuhause anrufen haben wir bekommen. Okay. Okay, da ist noch was entdeckt. Da brauche ich noch was. Scheiße. Kann ich auch noch nicht machen mit dem Haken. Ach, hundert von den gelben brauche ich. Na ja, das ist mir jetzt zu viel. Das habe ich jetzt nicht. Also das soll ich holen. Aber da muss ich noch ein bisschen forschen. Muss ich noch ein bisschen einsammeln und scannen. Weil mir fehlt irgendein Element. Also irgendein Vieh, was ich ausrotten kann, fehlt mir noch. Und das muss ich auch holen. Da fehlt mir auch noch ein Element. Und... ... ... ... ... ... ... Ich kann unterwegs schon mal sehen, ob ich das erforderliche Element habe. Und ausreichend. ... ... ... ... ... ... ... ... ... dann würde ich jetzt hier auch einen cut machen ich hoffe es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat däumchen wären träumchen nicht vergessen zum spiel selber ich finde es teilweise ziemlich freaky mit den essensbomben da und mit den videos und so aber es ist geil gemacht es ist wirklich geil gemacht und das macht spaß und auch mit dem rumforschen und dann scannen und wenn das jetzt noch kompletten deutsch wer wer hat natürlich wollte das meckern vom niveau dann wird natürlich noch ein stück cooler aber so an sich macht es mega mäßig spaß man kann man rennt rum schießt ab füttert sind mit dem mit den vorzuhören leute bitte dort war doch das machen wir noch zum abschluss machen wir das noch mal mit dem vorzuhören machen wir noch mal da da Das war's für heute. Das ist ein Drogen, aber gut Drogen, für die Hilfe, nicht Spaß. Luffer-Birds kann nicht so gut sein, aber sie sind sehr schade als hell. Oh, es ist schild. Dann sind da gleich die furzenden Hühner nochmal. Wie kackt man sich dann natürlich durch? Das sind keine Wälder. Das sind keine Wälder. Wir haben auch hier nichts weiter zum scannen. So, dann würde ich jetzt hier auf den Cut machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie gesagt. Wenn es die Weihnachten Däumchen wäre ein Träumchen. Mir fällt es und ich würde sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin haut da rein, Ahoi. Jetzt hat euer Odin. Achso und noch als Anmerkung, ich werde nicht schneidend irgendwas machen oder so. Reines Gameplay Material weg hochladen. So, jetzt aber. So, jetzt. Und dann, wir schauen uns an. Vielen Dank.